Bewegung ist Leben. Bewegung ist Zeit. Bewegung ist Ausdruck. Bewegung ist Zukunft. Wir von Gilgen Logistics bewegen seit über 50 Jahren. Als Generalunternehmer sind wir ein starker Partner und kennen die Anforderungen für eine effiziente Gestaltung ihrer Intralogistik. Jede Lösung ist einzigartig. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir den Workflow in Ihrem Betrieb und erstellen ein Logistik-Gesamtkonzept. Durchgängig und passgenau auf Sie zugeschnitten. Ein erfahrenes Team bietet Ihnen exakte Planung, persönliche Beratung und hochmoderne Technologie und Produkte. Alles aus einer Hand. Von der Projektierung über die Werksmontage und Installation bis zur Inbetriebssetzung. Wir integrieren alle Systeme und Gewerke zu einem schlüsselfertigen Gesamtsystem. Just in time für die Effizienzsteigerung Ihrer Logistik. Unsere kundenspezifische Lagerverwaltungssysteme, flexible Steuerungstechnik und abgestimmte Anlagensteuerungen optimieren und visualisieren den Materialfluss im Lager- und Produktionsbereich. Gilgen Logistics-Leistungen überzeugen in den unterschiedlichsten Branchen. Ob im Lebensmittelbereich, in der Produktion und in Postzentren, im Kühl- und Tiefkühlbereich oder in Spitälern und Bibliotheken. Wir haben die passgenaue Lösung. Die permanente Verfügbarkeit und Sicherheit Ihres Logistiksystems liegt uns am Herzen. Dies garantieren wir per Fernwartung oder über die Service-Hotline. Unser Kundendienst-Team ist an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie da. Unser Ziel? Der zufriedene Kunde. Gilgen Logistics bewegt. Und dies auf der ganzen Welt. Wir freuen uns, mit Ihnen die Zukunft Ihrer Intralogistik zu gestalten.